So, willkommen zu euch, The Legend of Kripa! Nein, The Legend of Spyro, nicht The Legend of Kripa! Obwohl mein Kauf der Kru ist. So, er haben das mit Pilzes suchen, das... Wird heute nicht passieren, weil bei uns verregnet ist. Na, besser als zu sonnig. Ja. So, irgendwo mal ein paar Pilze killen können? Ich bin ein Pilzmehrer. Ja, ich hab die Pilzerin für sein. Weil die so Schweiße sind, oh je! Stupid! Stupid! Oh, Schöne Anzeige! Ja, das ist so, dass wir mal ein bisschen zu stehen. Ja, das ist so, dass wir mal ein bisschen verraten. Ja, das ist so, dass wir mal ein bisschen verraten können. Hey, ihr Cheater! Ihr seid nicht, was ihr? Was ist das denn für ein Cheater-Dinger? Cheat? Cheater? Also, das ist so ein Lieblingspunkt. Was ist das? Hier kommt die Schatzigkeit! Ja, die ist so weit! Was ist los kleiner Spyro? Kannst du nicht fliegen? Ja, 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 ja! Wenn ich dich kriege, bist du fällig! Wenn ich dich kriege, bist du fällig! Machen wir gleich hoch vom Tor an die Aukenliebe-Aukenliebe-Auken! Ich werde mal zeigen, was passiert. Wie ist das denn, auf dem Ampflingermodus? Oh, fast rübergekommen. Okay. Also diese Brücke muss erneuern werden auf alle Fälle. Sonst wäre das nicht witzig. Das ist alles fachfressen hier. Wenn ich mich umbringe, ist wieder Firehout 5 zurück oder Firehout 0? Firehout 0,1? Moment. Rekontalte R1 dritte deinen Tyranten-Gesauzer fährt. Ich kann nicht lösen. Ich kann nicht lösen. Ich bin Andy Pipkin. Ich bin so hässlich. Jio. Ich will mal sehen, da ist noch wer eins. Wow. Was ist das? Wenn man immer verliert, ist das hart. Der verdammte Schilder hat Schilder. Lass mich hier raus, du Riesenbild. Spyro, ganz ehrlich. Hilf mir bitte, ja Bruder? Ich bin die Zimmer, 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 ich bin die Zimmer. Ja, ich bin die Zimmer. Was bist du für ein Stew? Ich fahrt im Anfahrt. Was sagst du, drücke Kreise um einen Nachkampfgriff auszuführen? Greif das Froschka dreimal um einen Sparke zu befreien. Oh, ist ja traurig, da ist die Gefängnis, holt's schon außen. Auuu, tu's den Mix hat doch weh! Jetzt riech ich fast so übel wie du. Ich bin Marcel Ames. Und das ist echt übel. Bis später, Torfnase. Nein, stopp! Ist Torfnil, wie ist das Tofu? Tofu ist das? Ausredensbruch hier, Alter. Alter Falter Stubi, ey. Kann man doch irgendwie anders durch? Hintür stehe er da? Sind wir voll gut, ganz. Einer hat ja auch so nichts gebrochen. Sie sind Raubtiere. Heute werden sie selbst zur Beute. Wer ist der? Aus! Wow! Und ich, ey! Da wird gerade nicht platzen, Wunder, Alter! Aber die Frage vor ihm ruht, doch nur einer von ihnen wird ihn beschweigen. Das ist ein Dose-Emer! Der ist die ultimative Abvergabe. Wenn der Rot-Elex keine Samen ist, die ganze Gesundheitsenergie! Das war ja so schön von GTA 5 parodiert! Wenn der 60 Sekunden-Timer abgelaufen ist. Wenn die Fesseln desjenigen, der am meisten Fleisch geopfert hat, sie flögt... Ah, hier denn meine besten Freunde! Das andere wird sich im Gang setzt mit seinem Schädel durchbogen. Wir von ihnen... Pilze-Tag, Alter! Nach dem Zuhause haben wir die ganze Abrenuer dialect. Wir antreten sie auch hier nochmal dazu. Wir wollen es an människor каждый ablassen weiß. No 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 na! Ach, ihr verfolgt mich! Da ist halt ein Krampher, Alter! Kannst du so ein Stevie, ey? Was ist das hier? Also, ich bütze ja den Sachschaden nicht, dann ist das aber ja schon bewusst, oder waaat? Oder ne, du ruf, ne? Was ist das für ein Stil, Alter? Hallo? Hey, du schummelst! Da dürfen wir nicht rein! Doch, die Stasi läuft da rein! Fang mich oder gib auf, Dicker! Stasi! Drücke X-Kreis-Kreis-Kreis-Kreis um einen dreifachen Fernsehfleisch herauszuführen, um den Schlangschild zu zerbrechen, du verlachst den Dingsbums voll! Mach ernsthaft! Eins, zwei, zwei, oh! Wie kann's kaputt gemacht? Kann mir in die Melodie kommen? Mhh.. ich bin die hektige Frau ich bin die hektige Frau die sind ein alter Spiegel der Fischhange der Fischhange hab das hier sonst noch was interessantes? außer ein riesen Pilz? oder 2 riesen Pilze? wenn sie immer satt in die glock na ja leute ich werde ihn ein paar mal ein bisschen früher beenden wir sehen uns im nächsten fall